Da unten! Da sind sie! Ja, stimmt! Wo? Ist das ne Dia-Rüstung? Hallöchen Leute! Willkommen zurück! Das sieht so geil aus! Vier Leute mit langen Waffen! Mit langen Läufen! Mit langen Waffen! Ich weiß, ich weiß, wo wir hinmüssen auf jeden Fall! Und wir haben Zeug! Hier ist der Masse! Das ist der Masse! Geile Masse! Ich hole sie! Kommt zurück! Die sind da vorne! Da unten! Da sind sie! Wo? Wo? Ist das ne Dia-Rüstung? Was? Wo denn? Wo? Jetzt! Jetzt! Leute! Leute! Komm mit! Komm mit auf den Berg! Komm mit auf den Berg! Komm hinter die Wand! Okay! Der eine hat sich umgedreht! Das war Dominik! Der hat doch Paranoia! Der hat doch solche Paranoia gerade! Ich bin hinter der Wand oben! Aber auf jeden Fall gut! Wir haben sie als erstes gesehen! Sie laufen! Alter, was haben die hier gemacht? Der vernichtete, der vernichtete Orfe 6000 oder was? Pfff! Was zum... Wer war das? Ich hab geschossen! Ich versuch die zu treffen! Das, das kannst du aus der Entfernung vergessen! Vergiss... Ich weiß zu schießen! Geht, geht weg! Geht weg! Duckt euch! Alles, alles, alles nicken! Dünne duckt dich! Du lädst dir den Kopf ein! Haben die es gehört? Ja! Jetzt haben sie es gehört! Die sehen nicht! Die wissen, die wo wir sind! Ich seh sie nicht mehr! Da unten ist ein Enderman! Setzt eure Kürbisse auf! Setzt eure Kürbisse auf! Setzt eure Kürbisse auf! Wenn den Enderman treff ich? Die haben unsere Namen immer noch nicht gesehen! Wir müssen... Kommt mit hier rüber! Ey, ich hab schon zweimal genau in die Richtung geschossen! Das ist doch nicht normal! Passt auf, wenn ihr hier runter geht! Jo, Brudi! Dommel... Äh, Alex... Alex, falls ich sterbe, ne? Und euer guten Tag! Meine Meinung ist von Hallöchen, Popöchen, Geilomatico! Dommel... Äh, Alex, falls ich sterben werde... Falls ich sterben werde, Alex, denk immer dran, ich liebe dich! Ja, ich blende... Ich blende dann wieder so traurige Musik ein! Oh Gott, ich freue mich schon aufs Editieren! We love you! We love you! Love you! Hier bist du hochgelaufen, oder? Kann das sein? Ja, stimmt, hier war das! Hier unten bin ich gestorben! Ja, dann lass mal hier rüber schwimmen! Wollen wir von unten kommen? Oh Gott, ich dachte gerade, der Zombie wäre einer! Oh, meine Fresse! Er steht so vor dir! Boom! Wo willst du hin? Wo wollt ihr hin? Hoch, hoch, hoch! Hoch! Hoch auf dem Berg! Hoch auf dem gelben Wagen! Wenn wir jetzt sterben! Alter, wenn die jetzt kommen, sind wir gefickt! Heidi! Heidi! Ihr macht euch so umständlich, ne? Hört auf! Der baut der dazu, wenn ich herkomme! Warum immer auf so hohe Berge? Da kann man voll runterfallen! Da kann man ja umknicken! Das ist schon nicht cool! Ich sehe sie nicht mehr! Die kommen vielleicht! Zack, zack! Ich sehe sie nicht mehr! Sind sie unter uns? Jetzt können sie von überall kommen! Scheiße! Ja! Kann einer nach rechts gucken? Zwei gucken nach vorne und einer guckt nach hinten! Alex, du guckst nach hinten! Du bist da unten! Du bist am langsamsten! Nein, ich bin da oben! Ja, guck nach hinten! Wir wissen nicht, wo sie sind! Ja, da wo wir herkommen, meinst du schon! Ja! Jo! Weil die könnten den Berg jetzt umlaufen und dann hier hinkommen! Ja, die könnten von überall kommen jetzt! Das ist das Problem! Dödli, wo bist du? Bist du auch drüben? Ja, hier, bei Sparish! Da sind fünf Zombies! Die rennen irgendwo hin! Ne! Vielleicht zu den? Ne, ne, tun sie nicht! Alles gut! Ich dachte gerade! Oh mein Gott! Bin grad so angespannt! Ja! Mein Penis ist schon richtig hart hier! Meiner auch! So richtig! Ey, sucht nach Namenschildern durch den Schnee! Wenn sie nur kurz... Pass auf, hier kannst du runterknallen! Ich muss... Ich hab grad meinen Finger abgelegt und mach jetzt mein Bildschirm sauber! Oh mein Gott! Damit ich das nicht mit Namen verwechsel! Der ist der Enderman! Guckt eigentlich noch, wer nach hinten! Gute Idee! Ich mach das auch mal kurz! Enderman! 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 Wer hat ihn angeguckt? Wer hat ihn angeguckt? Das kann nur Sparish gewesen sein! Nein, kann uns nicht! Oh! Der haut mich hier gleich runter! Ich schwör's euch! Ich hab ihn... Ich hab ihn kurz... Oh! Da war! Hinter dir! What the fuck! Er ist weg! Alter! Jetzt können wir mal stressen mit dem Enderman! Jetzt haben wir alle Angst vor dem Enderman! Da unten ist ne Kuh! Der hat mich geschlagen! Der ist wieder hier! Was ist das für ne Fotze? Geht mal weg von uns! Der soll euch angreifen! Geh du mal weg! Alter, was geht mit dem? Wo ist der überhaupt? Die sehen grad gar nicht! Also ich stell mich nicht mehr irgendwo an den Rand! Ne! Garantiert nicht! Der ist unter euch! Da ist er! Ich hab ihn gesehen! Nein! Aber der guckt euch an! Durch die Wand! Er ist ein Hacker! Wallhacker! Er ist unter uns, glaub ich! Ich glaub Dominik ist direkt unter uns! Ich weiß nicht, ob das Lava oder ne Fackel ist! Halt die Fresse jetzt! Da unter uns ist Lava! Okay! Spähner oder was? Wo sind die hingelaufen? Ich hab eben noch das in die Richtung! Was ist los bei dir? Schreib es! Schreib es! Schreib es! Was? Wie soll ich denn schreiben? Komm mit Logging! Ich schieb Paranoia! Mann! Das ist scheiße! Ey wette wir sind ganz woanders! Hat der keine Schüsse gehört? Oh was für keine Rückmeldung! Jetzt mach! Komm hopp! Ich hab noch eine Freundin! Der ist blind! Es ist Tag! Jetzt ist es langweilig! Ich würd gern wissen wie weit man ungefähr gucken kann! Bin wieder da! Ja! Also... Wann sind die hin? Die müssen wenn dann auf das offene Feld gelaufen sein! Grafik! Videoeinstellungen und dann OpenGL und die Einstellung änderst du einfach mal draufdrücken und ändern! Wo 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 ist das? Escape, Optionen, Video-Settings und dann Advanced OpenGL! Okay! Habs! 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 Warte mal! Warte mal! Ja warte hier! Ich hab noch 3... 3... 3... 3... 3 Dinge für dich! Ja! Oh geil! Leute! Lass mal runter von den Bergen! Ich hab so Paranoia! Lass mal die Kuh mitnehmen wenn wir auf dem Weg nach unten sind! Davon können wir wieder Essen machen! Und dann Richtung Wasser gehen! Ich hab... Ich hab sogar... Warte wir machen das anders! Wir machen das anders! Wenn wir auf dem offenen Feld sind sind wir so... Hat jemand ne Enderperle? Warte 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 Leute 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 Leute! Ich weiß wie wir das machen! Wir machen das so! Ich schieb Paranoia! Hat jeder ein Boot? Ich mach uns grad Boote! So hier sind Boote! Nimm... Oh! Fast den Berg runter gefallen! Spurridge hast du ein Boot? Ähm... Ja warte ich werf dir hier eins hin! So ich... Jetzt musste jeder ein Boot haben! Ja! Damit gehen wir jetzt ans Wasser! Und fahren das Ufer entlang! Und welches Wasser? Wir fahren doch nicht das Ufer entlang! Das ist doch... Das ist das dümmste was man machen kann! Das ist echt bescheuert! Aber trotzdem Notfalls... Dann haben wir wenigstens die Dinger an Notfalls! Ist das Tum oder was? Och... Schrei mich nicht an! Hast du auch... Das mag ich gar nicht! Don't scream... Don't scream it on me! Don't play it on me! Oder ist Dom's in die Höhle da gegangen? Die hätten sich auch... Ich hab sie nämlich nicht hier weglaufen sehen! Ich hab sie weglaufen sehen! Ich hab sie weglaufen sehen! Ich hab sie weglaufen sehen! Ja okay! Es sind auf jeden Fall nicht in eine Höhle da rein! Wir könnten ja mal zu unserer alten Base-Höhle! Oh Gott! Internet was sofort! Digga! Lahn! Guck! Schrei! Guck mal! 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 Wie wärscht wenn ihr mal auf uns beide wartet? Nein ihr seid behindert! Danke Sweetie! Was denn? Was denn? Lol ich schreib Engelchen und du sagst Sweetie! Sind wir jetzt Brüder? Ja. Ich glaube, die haben sich Boote gemacht, sonst wäre hier keine Workbench. Macht doch nicht Wetter aus. Ey, denkt ihr, die haben sich Boote gemacht und sind dann weggefahren? Ich wette, der macht das Wetter wieder an. Die wollen auch kämpfen. Das sieht man ihnen an, die wollen kämpfen. Die wollen gefickt werden. Gib mir mal bitte Deckung, ich schwimme rüber. Dick in den Anus. Alex, wie ging das nochmal? Dick. Schöne, was machst du? Dick, Schocken, Kacke. Penis, Penis, Fotze, Fotze. Alter, haben die Niveau. Das Ding ist, es wird keiner direkt sterben. Das ist Nivea? Ja. Ja, Nivea, diese Handcreme. Stell dir vor, wir sind jetzt auf den Bäumen und da oben ist noch eine Kuh. Ich gehe wieder auf den Berg da oben. Ich kann nicht mehr auf Fahrt spielen. Geht doch nicht mal auf die Scheißberge. Döne, leckt hier sich einfach völlig dagegen. Ja, nur weil du noch nicht, nur weil du noch. Oha. Du wurdest auch zu dritt oder so weggeportet, aber. Alter. Ich habe gerade gedacht, das wäre ein Panzerfaust. Das haben wir damals auch gedacht. Ich bin gestorben und wieder woanders neu gestorben. Damals da ging es und so und es war keine Panzerfaust. Und Alex und ich haben so Paranoia. Wir haben uns tagelang in diesen scheiß Keller geschoben. Ich habe gerade meine Waffe weggeworfen. Kuh. Ich bin auf Kuh gedrückt. Sag mal, leckt Döle bei euch ein? Ja, Döle, leckt das. Wegen Internet? Nee, Minecraft. Da ist ein Schwein. Also da ist Domse. Da ist ein Schwein. Also ist das Domse. Nee, Domse ist immer die Kuh gewesen. So, jetzt müssen wir natürlich wieder extra wehen. Es ist alles nur Spaß, wenn wir uns beleidigen. Aber nicht. Nur gegen Yannick. Gegen Domse nicht. Dein jetzt mal Klartext. Ja, jetzt mal Klartext. Domes und Yannick rahmen uns in die Fresse. Rahmen uns die Panzerfaust in die Fresse. Sag mal, haben die das Ding da auch gebaut? Diesen gigantischen, was auch immer das sein soll. Diesen gigantischen was? Ich frage mich echt. Da unten sind ganz viele Kühe und Schweine. Wollen wir die abschlachten? So, Lied, lass mal runtergehen. Ja, ihr seid so. Ich musste schon mal her. Erstmal irgendwie rum, dass die nicht hier hinlässt. Ich habe doch gerade rumgeguckt. Und World Border 1, 3, 2, 1. Nee, schade. Warte, da unten sind noch mehr Kühe. Da drüben. Ihr beiden, gebt uns doch eh Deckung. Ist doch alles frisch. Ja, ich und Deckung geben. Genau. Ich gebe Deckung. Ich vertraue auf eure Fähigkeiten. Und nachher gewinne ich das Ding allein. Genau, nachher gewinne ich es alleine. Das Boot. Das Boot. Das wäre es halt. Das Boot. Das Boot. Ja, ich habe doch gesagt, die sind rumgefahren. Kann jemand noch Schweine mitnehmen? Ich habe keinen Inventarplatz mehr frei. Hier liegen... Ach, egal. Ich mache es selbst. Ich brauche euch nicht. Stich vor, ihr tötet euch alle so oft, dass keiner mehr Leben hat. Und ich als einzig schon übrig bin. Hey, wartet auf mich. Das wäre geil. Können wir noch einen Ofen machen? Ich weiß nicht. Warum... Könnt ihr mal bitte nach oben gucken? So, da hinten nach oben. Warum sind da vier Grasblöcke einfach mal in der Luft? Ja, das haben wir uns schon immer mal gefragt. Lustig. Sind sie vielleicht bei dem Berg da? Oh, hier bei den... Mann, wir hätten einfach drauf gehen sollen. Hat jemand Dingens? Hat jemand noch ein... Ein was? Hier war schon jemand, ne? Ja, das war ein Fakker drin. Ich weiß nicht, ob ihr... Und das waren nicht wir. Wollen wir da rein? Nein. Ne, Höhle ist immer dumm. Das habe ich... Wir könnten sie aber mal... Nach unserem ersten Tod gemacht. Ne, wie willst du denn locken? Wir haben Panzerfaust. Willst du ein bisschen Brotkrumm aussteuern? Ich habe doch... Da steht noch eine Workbench. Verteilen die jetzt Workbenches oder was? Nein, du musst ja bedenken, wenn wir... Die verarschen uns. Ich glaube, von Marcel und mir stehen hier auch noch voll viele rum. Wo sind wir? Beim Delfin? Ja, da vorne ist der Delfin. Da ist unsere alte Base. Okay, die sind bestimmt bei eure Iden Base irgendwo. Da hinten steht auch eine? Was? Ähm, können wir noch mit dem Ofen machen? Ich habe noch Essen, bevor wir nachher wieder mitten im Kampf Out of Food sind. Äh, ja, dann lass ihr unten mal am Wasser warten. Habt ihr keinen Goldapfel mehr? Ähm, ich habe einen, doch. Aber ich will den ja nicht. Ich will den ja im Kampf essen. Wenn ich es brauche. Gut, dann mache ich mal kurz Ofen. Ja, bitte. Mach dir Ofen, Lan. Ich habe noch eine Workbench, warte hier. Ja gut, ich habe jetzt schon sehr weine. Ja, leck mich. Stöbern jetzt. Machen wir wieder einen Tod. Oh, Junge. Was denn? Marcel? Ja, Dick Clot. Dick Clot Johnson. Dick Johnson kann klit. Ähm, du weißt ja. Ich schieße dich nachher wieder aus dem Loch und dann... Ja, die sind, ich glaube, denkt ihr, die sind zu eurer alten Base gegangen, weil sie sich da irgendwie heimisch fühlen? Äh, unsere alte Base ist komplett abgebaut worden, so wie es aussieht. Ja, wieso hast du X gedrückt? Warum baut ihr schon wieder so ein Ding? Oh, damit sie wissen, warum sind da oben Grasblöcke? Ich verstehe es nicht. Das haben wir auch nie verstanden. Obwohl, das ist gar nicht der Delfin, oder? Stöte, ist das der Delfin? Nein, weiß ich nicht. Ich baue gerade einen Mensch. Nee, das ist gar nicht der Delfin. Ich baue gerade einen Mensch. Der hat aber einen dicken Jaoi. Alter, geil. Digga, das kann doch nicht sein, dass wir uns zwei Folgen lang suchen. Die waren doch vorhin da. Ja, das ist sehr cool. Alter, du weißt, ich kann mich zum Waypoint teleportieren. Was? Man könnte sich zum Waypoint teleportieren. Inwiefern, wie macht man das? Das will ich jetzt machen. Ich erkläre es jetzt nicht, aber nein. Warum nicht? Hallo? Hallo? Erklär jetzt. Erklär jetzt. Geh, weg. Was, 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 was? Okay, okay, ich bin ruhig. Ja, was ist denn nun? Was ist denn los mit dir? Können wir jetzt hier mal weiter, oder? Der hat noch nicht mal angefangen. Hey, ich bin doch schon fast fertig, du Affe. Das ist schon die zweite Ladung. Achso. Das sind die zweite Ladung. Das ist, was er sagt. Das ist, was er sagt. Ich bin der Hoden-Kobald. Eine Hoden-lose Frechheit. Der Hoden-Kobald. Was? Eine Hoden. Hat jemand von euch Gold? Ich hab'n Gold-Apfel. Hat jemand von euch Gold? So, erstmal anders hinsetzen. Nicht aufs Spiel achten. Sterben. Sterben. Nicht aufs Spiel achten. Guck. Nimm mal die Öfen mit, bitte. Am Ende schießt ihr einfach ganz dreist, so. Gegen. Rotern und wir sterben. Tote Menschen sind tot. So, okay, ich hab' alles. So sieht eine Penisspaltung aus. Nimm mal die Öfen, nimm mal die Öfen, bitte. So sieht eine Penisspaltung aus. Das tut weh. Ja, hab' ich gehört. Will man noch ein Stück Porkshop? Porkshop Media? Ich such die die ganze Zeit, das ist unglaublich. Die Folge geht ja schon fast 15 Minuten. Dann fast 5 Minuten. Die sind schon fast dran. Okay, ab die Öfen. Ups. Ich glaub, ich mach mal mein Lieblingsshader an, obwohl nein, hier in diesem PvP-Scheiß hab' ich echt Angst davor. Ja, deswegen hab' ich auch keinen Shader an. Also am Anfang war's ja noch witzig, aber mittlerweile nein. Ich würd' nicht durch den Wald gehen, wenn ich ehrlich bin. Weil's zu eng ist? Ja, wegen Panzerfaust und allem. Jetzt hab' ich mein Schwert gedropt. Ich kenn' noch einige andere Sachen, die zu eng sind. Mit der Panzerfaust. Die Dorn ist es auch. Ich muss noch mal ganz kurz erwähnen, das, was ich gerade gesagt hab', war nur Spaß. Also nehm' das bitte nicht ernst, vielleicht bitte nicht daumsens Kommentare. So, wie ich's die ganze Zeit schon macht? Was steht's los? Wo sind die? Und bei dir weiß man nie, ob du jetzt einen kurzen Timeout hast oder einfach nichts. Wir sind jetzt, Leute, wir sind jetzt einmal in den Kreis gerannt, ne? Ja. Wir sind dabei jetzt. Folgenende, yeah! Folgenenden. Alter! Röhren auf! Du Beklopter! Tudeloo! Ja, bis dahin. Tschüss, ihr Homos! Tudeloo! J